Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar werde ich heute die Schaltseile mal einstellen. Und wie ich das Ganze umsetze, werdet ihr gleich sehen. Viel Spaß mit dem Video. Mir lässt sich seit einem gewissen Ereignis den 6. Gang nicht mehr einlegen. Da habe ich jetzt das Problem, dass wenn ich von dem 5. in den 6. Gang möchte, dass der 6. Gang, sobald ich die Kupplung kommen lasse, eben einfach rausspringt und er sich einfach gar nicht mehr in der Schaltgasse halten lässt. Ich hatte davor eben das Problem, dass ich beim Anfahren vom 1. in den 2. Gang schalten wollte und der 2. Gang einfach partout nicht rein wollte. Diese musste ich dann natürlich einfach reindrücken und seitdem habe ich eben das Problem, dass ich den 6. Gang nicht mehr reinkriege. Was ich gerade eben schon gefunden habe, war ein Kunststoffbecher. Der steckte irgendwie auf dem Schalthebel in einem Motorraum mit drauf, was natürlich nicht sein darf und da vermute ich auch fast, dass dadurch der 2. Gang damals nicht reinging wollte und ich seitdem eben das Problem mit dem 6. Gang habe. Aber das ist egal, ich werde jetzt einfach mal die Schaltseile neu justieren und da gehe ich jetzt bei. Wie immer bevor wir anfangen, gibt es noch einiges vorzubereiten und dafür müssen wir nämlich zum einen hier vorne den Fußraum, die Verkleidung abbauen. Da zeige ich euch gleich, welche Schrauben da zu lösen sind und an welcher Stelle man ansetzt. Dann braucht ihr nachher noch zum Justieren so ein Spezialwerkzeug. Das ist, ja keine Ahnung, so eine Art Gabel, die natürlich eine genaue Höhe hat, damit man den Schaltballhebel im 2. Gang hat. Dieses Teil kann man für 16 Euro kaufen. In meinem Fall habe ich das einfach vom Kumpel fräsen lassen aus Aluminium. Und den braucht ihr und ihr braucht noch einen 5er Stift, den ihr nachher zum Feststellen von dem Schaltballhebel hier im Fahrerraum habt. Da könnt ihr einfach einen 5er Bohrer nehmen oder einen 5er Stift oder in meinem Fall habe ich einen 5er Ausweifer genommen. Oder es gibt auch eben dafür ein Spezialwerkzeug, was ihr euch kaufen könnt, aber das ist meiner Meinung nach unnötig. Hier vorne haben wir nun alles freigelegt und jetzt haben wir hier zwei Seilzüge. Der hier vorne, der wählt die Gasse von 1, 2, dann eben die Gasse 3, 4 und die Gasse 5 und 6. Dafür ist dieser Seilzug hier zuständig. Der obere Seilzug hier oben, der ist dafür zuständig, dass der richtige Gang drinnen liegt. Sprich, wenn ich den Gang 3 zum Beispiel anlege, sagt er eben Gang 3 in der richtigen Gasse. Nachdem ich nun im Innenraum vorne die Verkleidung abgezogen habe und die Schaltmanschette abgezogen habe, komme ich nun zum Motorraum. Es gibt auch Fahrzeuge, da ist noch eine Motorabdeckung drauf. Die muss natürlich runter, damit ihr an den Schaltballhebel rankommt. Und wo der jetzt liegt, das zeige ich euch kurz. Der Schaltballhebel, der befindet sich nun im Motorraum rechts neben dem Motor und von oben gesehen über dem Kühlwasserbehälter. Da komme ich eigentlich ganz gut ran. Ich muss natürlich den Luftschlauch von dem Ansauger hier wegziehen und dann komme ich da auch problemlos ran, was das Problem ist. Dann habe ich jetzt hier den Schaltballhebel. Den kann ich zum einen vertikal auf der Achse ziehen. Das bestimmt meine ich dann die Gangwaleneier. Und dann kann ich den noch horizontal um die Schaltachse drehen. Das ist locker. Da gibt es dann auch drei oder vier Stellungen, meine ich, horizontal auf der Drehachse. Und Leerlauf hat man, wenn man relativ mittig das Ganze hat und vertikal auf der Schaltachse den Schalthebel ziehen, also hoch und runter schalten kann. So, die Leere habe ich jetzt platziert. Jetzt habe ich die Höhe vom zweiten Gang. Jetzt muss ich, ganz wichtig, den Schalthebel noch von mir weg Richtung Lenkrad von hier aus drücken. Und das kann ich auch problemlos mit der Hand machen. Ganz nach oben, so zack. Nochmal kontrollieren, ob die Leere drunter liegt. Sieht auch gut aus. So, und jetzt habe ich den zweiten Gang eingelegt. Und nun geht es drinnen im Fahrerraum weiter. Jetzt löse ich den Schalthebel von der Mechanik, indem ich einfach diese Hülle hier nach unten ziehe. Entgegengesetzt der Feder. Der Schaltknüppel ist schon lose von dem Seilzug. Das Ganze mache ich nicht nur mit dem Gassen-Wähler hier. So, wie ihr seht, ist jetzt der Schaltknüppel komplett von der Mechanik gelöst. Nun muss ich mit einem Stift durch diese beiden Bohrungen hier, durch die obere und durch die untere. Der Stift hat 5 mm im Durchmesser. Jetzt kann ich hier über diese Position mir den zweiten Gang suchen in dem Schalt. An dem Schaltknüppel hier um. So, er steckt. Auf dieser Position habe ich jetzt meinen zweiten Gang. Und durch die Leere im Motorraum habe ich ja auch ebenfalls den zweiten Gang eingelegt. Und nun muss ich nichts weiter machen, als über diese Klammer hier den Gang auf dieser Position neu zu justieren. Und das mache ich, indem ich einfach sicherstelle, dass der Seilzug auch schön hier drin steckt. Und dann kann ich problemlos hier oben durch die Klammer das Ganze wieder einrasten. Jetzt habe ich hier den Gassen-Wähler wieder auf der Position, wie sie mit der Leere im Motorraum und über den Stift hier oben justiert ist, habe ich den neuen hier festgesetzt. Das Ganze mache ich jetzt mit dem Gang-Wähler auch oben einmal. So, nun kann ich den Passstift aus der Schaltung wieder rausziehen. Ich kann die Leere unten an dem Schaltballhebel im Motorraum rausziehen. Das ist auch kein Problem. Da habe ich mir ja vorher ein Band dran gemacht, damit mir das Teil auch gar nicht erst reinfällt. Nun kann ich den ganzen Kram wieder zusammenbauen, sprich die Verkleidung ran, die Motorraumabdeckung, wenn die nötig ist, drauf machen. Und ich kann die Schaltmanschette wieder draufsetzen. Und dann kann ich die Gänge einmal alle durchschalten und probieren, ob auch alles funktioniert. Und das war es auch schon von dem Schaltseileinstellen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne ein positives Feedback da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert doch gerne diesen Kanal. Ich würde mich riesig freuen. Und ich würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal.